Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte, wenn er überhaupt je ein Ende nahm. Begann, soviel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rindstein entlang trieb. Oh mein Gott, dieser Satz ist einfach so gut. Er ist zwar irgendwie so mega lang, aber er leitet halt so perfekt in dieses Buch ein. Er macht eine Atmosphäre. Innerhalb eines Satzes umfasst er irgendwie die komplette Story, die komplette Atmosphäre. Es regnet, es ist dieses Boot und dann hast du diesen Schrecken und dann wird es foreshadowed, oh mein Gott, 28 Jahre, wenn er überhaupt je ein Ende nahm. Wie geil ist das eigentlich? Der perfekte Anfang für dieses perfekte Meisterwerk. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Jesus Christ, Leute, es ist wirklich mal an der Zeit, dass ich dieses Video hier mache, weil ja, ich habe schon sehr oft über dieses Buch geredet und sehr viel, aber bisher tatsächlich immer spoilerfrei. Es war immer nur so angedeutet und das hat mich irgendwie immer so ein bisschen gefuchst. Ich würde eigentlich so viel mehr in die Tiefe gerne gehen, anstatt nur die Oberfläche anzukratzen, um auch ja nichts zu spoilern, um auch ja nichts irgendwem zu verderben. Und jetzt werde ich so richtig in die Tiefe gehen, denn ja, es ist definitiv eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich 2017 zum ersten Mal gelesen, im Herbst. Das ist natürlich auch sehr passend, die Jahreszeit. Ich kann mich wirklich an so viele Momente und Stimmungen erinnern zu dieser Zeit, als ich das gelesen habe. Das war damals, da kam gerade der neue Film raus, also der erste Teil von der Neuverfilmung. Und ich kannte es bis dahin noch gar nicht, aber alle haben plötzlich über diese Verfilmung geredet. Die wollte ich dann schon fast schauen, bis jemand gesagt hat, nee, lies auf jeden Fall das Buch. Und dann habe ich halt das Buch gelesen. Und ich hatte vorhin noch ein bisschen Angst, dass ich das zu gruselig finde, weil eigentlich bin ich ja total erschisser. Auch bei dem Film hatte ich vorher total Schiss tatsächlich. Aber keine Spur. Ich fand es auch wirklich nicht zu dick. Auch davor hatte ich ein bisschen Angst, dass das so dick ist. Keine Spur. Ich habe es sowas von durchgesuchtet. Und seitdem höre ich es tatsächlich immer mal wieder. Also ich habe es tatsächlich gelesen, nur ein einziges Mal, weil ich kann Bücher einfach nicht mehrmals lesen. Wenn ich es nochmal konsumieren will, dann höre ich lieber das Hörbuch. Von David Nathan gesprochen. Der Typ ist einfach ein Gott, was Stephen King Hörbücher angeht. Der macht das so genial. Zum Schluss kann ich euch noch ankündigen. Es gibt in diesem Video einen kleinen Gast. Phil vom Kanal Philsofie. Als waschechter Kingsianer ist der natürlich die perfekte Errungenschaft für dieses Video. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, die er wunderbar beantwortet hat. Ich danke jetzt schon mal im Voraus dir. Danke Phil nochmal. Und ja, das Ganze wird quasi eine kleine Auflockerung sein, dass nicht die ganze Zeit nur ich labere, sondern zwischendurch auch mal immer mal wieder jemand anders. Und jetzt Leute wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem Video. Schnappt euch einen Tee, so wie ich. Oder putzt meinetwegen eure Bude. Macht was auch immer. Betrachtet das Ganze hier als kleinen Podcast zum Zurücklehnen. Und jetzt viel Spaß. Let's go! Einer der Punkte, warum ich dieses Buch so gut finde, ist die Struktur. Dass es so ineinander verwoben ist, diese Kindheit und Erwachsenenszenen. Das macht es auch irgendwie so schwer zu glauben, dass Stephen King das schon mehr oder weniger einfach drauf losgeschrieben hat, ohne vorher alles bis ins kleinste Detail zu planen. Und das ist auch das Erste, wo ich immer denke, das ist so nervig an diesen neuen Filmen, dass das einfach so klar getrennt ist nach Kindheit und Erwachsensein. Während das im Buch halt gar nicht der Fall ist. Es ist so ineinander verwoben und wir haben die Erwachsenenebene und die Kindheitsebene und bam und das wird halt so krass ineinander verwoben, dass du echt auch auffassen wirst, dass du nicht verwirrt wirst. Aber das ist genau richtig so. Es ist genau perfekt. Da werde ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt geht es halt erstmal schön strukturiert damit los. Wir haben zwei Zeitebenen. Wir sind in jeder Ebene einmal und sehen den Beginn des jeweiligen Zyklus. Im Jahr 1958 beginnt es bzw. 1957 beginnt es mit dem Tod von Georgie. Das ist der Bruder von Bill, der halt jetzt mit seinem Zeitungspapierboden nach draußen läuft durch den Regen. Das ist glaube ich so die bekannteste Szene. Die kennt jeder einfach auch aus dem Film oder aus einem der beiden Verfilmungen sozusagen. Das ist eine ikonische Szene. Auch der gelbe Regenmantel, die grünen Gummistiefel und dann eben dieses Boot, was so was Kindliches auch irgendwie hat. Er hat so eine Freude dabei, dieses Boot erstmal gebastelt zu kriegen und dann damit nach draußen zu gehen und das jetzt auch auszuprobieren. Und er rennt lachend durch den Regen. Sieht dabei zu, wie dieses Papierboot da lang rinnt. Und im Buch kriegen wir das auch nochmal so schön beschrieben, diese Beziehung zwischen Georgie und seinem Bruder Bill, die natürlich wie alle anderen Geschwister sich auch ständig zanken und auch sich die ganze Zeit beleidigen, aber sie lieben sich halt irgendwie, weil sie sind Geschwister und das ist so schön beschrieben in diesem Buch, wie die zusammen dieses Boot basteln und sich trotzdem irgendwie die ganze Zeit in die Haare kriegen. Und dann gibt es noch die Szene im Keller, wo Georgie runtergeht, was der perfekte Einstieg in dieses Thema Angst auch ist. Und was auch schon so ein Foreshadowing hat auf spätere Ereignisse, weil er geht eben runter, soll dieses Paraffin holen für das Boot zum Abdichten und er hat halt totale Angst vor dem Keller. Aber er muss es ja machen, weil er will auch nicht seinem Bruder gegenüber zugeben, dass er totalen Schiss hat. Also geht er runter, stellt sich alle möglichen Horrorszenarien vor, da unten im Dunkeln, was da alles passieren könnte. Das ist wirklich cool beschrieben. Da gibt es dann auch noch diese Foreshadowing mit der Schildkröte, dass er diese Tube Turtle Wax sieht und eine Minute lang ganz verträumt da drauf starrt, weil er, man weiß nicht was, aber irgendwas denkt man, muss es mit dieser Schildkröte auf sich haben. Dieser Satz kommt ja später auch immer wieder vor mit, die Schildkröte konnte uns nicht helfen und man weiß gar nicht, was für eine Schildkröte, what the fuck. So, naja und dann kommt er raus wieder aus dem Keller und das fand ich so cool beschrieben. Mit dem ersten Schritt ist die Erinnerung an diesen albtraumhaften Keller schon so ein bisschen verschwunden. Spätestens ab der Tür zum Wohnzimmer ist es quasi nur noch im Hinterkopf von ihm und als er dann bei seinem Bruder ist, ist es schon komplett vergessen. Und das ist irgendwie so ein cooles Foreshadowing dafür, dass das später diesen anderen Kindern auch passiert, wenn sie aus Derry wegziehen, von diesem Schrecken wegziehen, vergessen sie alles. Der Grau, das Grauen verschwindet und sie vergessen alles, sie verdrängen alles. Und das ist so cool auch gemacht. Nach dieser Georgie Szene haben wir dann Adrian Mellon, der Schwule, der in Derry umgebracht wird von Jugendlichen, was ja erstmal natürlich eine krasse Szene ist, weil es einfach heftig um Schwulenfeindlichkeit und so geht. Aber gleichzeitig ist es halt auch der erste große, tiefe Blick auf diese Stadt Derry, um die es hier in diesem kompletten Buch geht. Man stellt sehr schnell fest, es geht nicht die ganze Zeit nur um Pennywise, um S, um dieses Monster, denn es geht einfach auch um die Stadt, die irgendwie auch S ist. Also die Stadt Derry und S sind total ineinander verwoben. Das ist irgendwie eins und die Menschen und alles. Das merken wir hier direkt. Wir haben diese Verhör-Szenen, wo die Jugendlichen, die alle beteiligt waren in diesem Mord und jetzt irgendwas faseln von, ja da unten war so ein Clown, der hat ihn umgebracht, so. Die werden hier verhört und der eine redet dann mit dem Chief irgendwie darüber so. Wissen Sie nicht, was Derry ist? Wollen Sie mir sagen, dass Sie in Derry leben und nicht wissen, was Derry ist? Derry ist wie eine tote Hure aus deren Fotze Würmer kriecht. Boah, und es ist so abstoßend formuliert so. Es ist so, man denkt sich so, was zur Hölle, Stephen King, geht bitte in deinem Kopf ab. Und ich hoffe, dieses Video wird nicht gestrikt, wenn ich jetzt diese ganzen Ausdrücke auch irgendwie benutze. Aber es ist halt so echt und so authentisch, finde ich, auch geschrieben von ihm, weil du hast halt direkt dieses ekelhafte Wild vor Augen und denkst dir so, okay, Derry scheint schon echt eine üble Stadt zu sein. Wenn du es nicht vorher schon wusstest, anhand dieser ganzen Homophobie mindestens schon. Da gibt es ja die Kussbrücke mit den ganzen Einkerbungen sozusagen. Also es ist schon echt übel und das ist, wie gesagt, der erste Blick auf dieses Drecksloch-Derry. Ja, und dann am Ende von Erste Schatten geht es tatsächlich los mit den Telefonanrufen. Wir wissen tatsächlich bisher noch überhaupt nichts, was damals in der Kindheit passiert ist. Man könnte, wenn man die Filme gesehen hat, meinen, dass wir das müssten. Aber nein, ist gar nicht der Fall. Wir wissen nur, Georgies Bruder, Georgie ist gestorben damals und jetzt geht es wieder los. Es ist losgegangen mit dem Adrian-Mellon-Mord und so. Und jetzt werden hier sechs Personen oder sieben Personen eigentlich alle, ne, sechs Personen werden halt alle angerufen und an ein Versprechen erinnert, was sie damals im Alter von elf Jahren getroffen haben. Und sie müssen auf jeden Fall zurückkommen, weil es ist zurück. Und man weiß gar nicht, what the fuck, was ist denn es? Was ist zurück? So. Und diese Telefonanruf-Szenen sind schon mal so intensiv. Jedes einzelne Kapitel, jede einzelne Figur, die einen Anruf kriegt, ist erstmal so ausführlich beschrieben, aber auch so bedrohlich und angstmachend, gerade weil man eben noch gar nicht weiß, was damals passiert ist. Das ist dieser intelligente Schachzug, dass man das alles noch nicht weiß und jetzt das irgendwie nur so angedeutet wird. Und es wird angedeutet ziemlich krass, weil das erste Kapitel ist direkt Stanley, der diesen Anruf kriegt und sich einfach direkt umbringt deswegen. Also er hört, er erinnert sich jetzt wieder an dieses Versprechen. Und ich meine, theoretisch könnte er es ja einfach brechen. Er könnte ja einfach sagen, okay, nee, ich habe zu viel Schiss, ich komme nicht zurück. Aber nein, ein Versprechen, was du als Kind gegeben hast, das musst du halten. Das heißt, er hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder zurück nach Derry und sich es stellen oder sich umbringen. Und das ist echt, also das ist heftig. Und er entscheidet sich, sich umzubringen. Wow. Also schon da merkst du, krass, das Ganze ist echt intensiv. Und dann kommen natürlich die anderen alle auch. Ich gehe jetzt mal nicht auf alle ein, aber Ben zum Beispiel, die Szene mit Ben, die finde ich die beste von diesen Telefonanrufszenen, weil sie so krass atmosphärisch ist. Und das ganze Kapitel ist nicht aus Bens Perspektive geschrieben, wie bei allen anderen. Es ist aus der Sicht von dem Barkeeper beschrieben, Ricky Lee, der eigentlich Ben auch nur als, ja, das ist mein Stammgast, kennt. So, der weiß, Ben ist ein erfolgreicher Architekt und er reist von einem einen Ende der Welt zum anderen Ende. Aber freitagsabends ist er immer bei mir in der Bar, trinkt sein Bier, gibt mir ordentlich Trinkgeld und noch ein bisschen was für meine Kinder und so. Und das ist alles. Und dann kommt dieser eine Abend, Ben kommt rein und Ricky Lee merkt sofort, ach du Scheiße, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der ist ja völlig, völlig deranged. Irgendwas hat der erfahren. Irgendwas muss sein. Und Ben rückt aber gar nicht so richtig mit der Sprache raus und sagt nur so, ach ja, hier bringen wir mal den Litterkrug und gieß mir mal den mit Whisky voll. Und du denkst ja schon so, what? Der will jetzt einen Litter Whisky-Echsen? Ach du Scheiße, will der sich umbringen oder was? Aber nein, er kommt hier mit diesem Ritual von den Indianern und sagt, ja, man muss sich einfach nur ein bisschen, was war es, Zitronensaft in die Augen träufeln und dann kann man das Echsen, den Whisky und der Körper ist so mit den Augen beschäftigt, dass er den Alkohol erstmal gar nicht bemerkt. Und ich habe keine Ahnung, was daran ist, aber ich will es wirklich nicht ausprobieren. Ist auch total egal, denn Tatsache ist nur, dass in dieser Szene Ben das tatsächlich durchzieht und wie ein nüchterner Mann danach auch rausgeht. Ricky Lee hat noch so ein bisschen, oh Gott, ich kann den doch jetzt nicht ins Auto steigen lassen, aber irgendwie macht das halt doch. Und das ist so gruselig beschrieben, also allein diese Tatsache, dass er da gerade einen Whisky geäxt hat und trotzdem straight rausgeht. Genauso hölzern und ruhig und still wie vorher, wie er reingekommen ist. Irgendwas ist hier wirklich abgegangen und hat diesen Mann zutiefst erschüttert. Und wie gesagt, das ist super atmosphärisch. Man weiß nicht viel über Ben und die einzige Sache, die Ricky Lee über Ben auch weiß oder zu wissen glaubt, ist dieses, ich bin mir sicher, er ist der einsamste Mensch der Welt. Und das ist alles. Das ist so atmosphärisch. Kann eine ganze Stadt heimgesucht werden? So wie manche Spuchhäuser heimgesucht werden? Nicht nur ein einzelnes Haus in dieser Stadt oder eine einzige Straßenecke, sondern alles. Mit allem drum und dran. Kann das sein? Allein dieser erste Satz vom ersten Zwischenspiel ist so gut. Du fühlst dich direkt wie in so einer Schauergeschichte. Und es ist so cool, dass das so auch aus der Ich-Perspektive von Mike geschrieben ist. Mike wirkt so ein bisschen wie der Leader von dieser ganzen Gruppe, vom Club der Verlierer sozusagen. Irgendwie ist er das so in dieser Zeit nach den ersten Ereignissen geworden, obwohl er es damals eigentlich gar nicht war. Er kam auch wirklich spät erst eigentlich dazu. Erst bei dieser apokalyptischen Steinschlacht, auf die ich später noch zu sprechen komme. Aber hier ist er jetzt der Leader, weil er ist der einzige von allen, der in Derry geblieben ist und sich deswegen noch an alles erinnert. Und ich glaube, es fallen auch manchmal so diese Erklärungen, dass er sozusagen von der Schildkröte beauftragt wurde. Die Schildkröte hat ihn auserlesen als den Anführer. Die Schildkröte hat zu ihm gesprochen. Und natürlich weißt du immer noch nicht so richtig, was zur Hölle ist dann die Bitte, die Schildkröte. Was für eine Schildkröte? Hä? So, das ist auch so geil gemacht. Du denkst ja nur, die Schildkröte ist irgend so ein üben natürliches Wesen oder sowas, was irgendwie so ein bisschen wie ein Schicksal ist. Keine Ahnung. In diesem Zwischenspielen haben wir quasi Mike, der als Stadtbibliothekar auch komplett einmal durch die Geschichte von Derry reist. Er hat irgendwie diese Vermutung, dass das, was ihnen damals passiert ist, schon viel länger in die Vergangenheit zurückgeht sozusagen. Es hat Zyklen, das erfährt er hier. Also es wird immer im Abstand von so 27, 28 Jahren wieder auftauchen. Und das beginnt immer mit einem Riesenknall, ein großes Ereignis. Dann im Jahr darauf beginnen die Morde sozusagen, wo immer nie gewusst wurde, was es damit auf sich hat. Und dem Ganzen geht Mike hier auf den Grund. Und das sind schon sehr atmosphärische Kapitel auch, weil er dann irgendwie mal einen alten Typen befragt, der irgendwie sagt, sie sollten dieses Buch und dieses Buch und dieses Buch und dieses Buch nehmen. Und dann sagt Mike noch so, was? Und die soll ich alle lesen oder was? Und er so, nein, die schmeißen sie alle in den Müll. Und das ist, ja, es ist auch einfach richtig cool. Und natürlich, also ich gehe jetzt mal einfach auf die kompletten Zwischenspiele ein, weil es gibt davon, glaube ich, vier oder fünf. Ich glaube fünf insgesamt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was in welchem Zwischenspiel aufgetaucht ist. Deswegen betrachte ich es jetzt mal als so ein Eines. Insgesamt geht es in diesen Zwischenspielen einfach auch viel um Mike als Person natürlich, um Mike und seinen Vater auch, was der da, wie sie die Aufgaben immer bewältigen, die sie in den Jahreszeiten machen müssen. Das ist auch eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden. Aber es geht natürlich auch ganz viel um Rassismus, weil Mike ist schwarz und er lebt in den Fünfzigern in den USA. Und das ist keine gute Zeit für Schwarze gewesen. Nicht, dass es immer, dass es irgendwann eine gute Zeit für Schwarze gab. Aber das war, glaube ich, echt eine üble Zeit. Und das merkst du halt, wenn du dieses Buch liest. Dann gibt es immer wieder die Szenen von Mikes Vater beim Krieg, wo er wirklich, also was einfach nur übel ist, wo dieser eine Sergeant, dieser Colonel oder was auch immer, der eine Funktion hat, einfach ein absolutes rassistisches Arschloch ist, wo man sich einfach nur denkt, boah, das ist einfach nur Schikane. Der lässt ihn einfach die ganze Zeit diese scheiß Grube graben, die wieder zuschaufeln und wieder ausheben und wieder zuschaufeln. Einfach nur für nichts. Einfach nur als reine Schikane, um zu zeigen, dass er der Boss ist und Mikes Vater unter ihm steht. Es ist wirklich schockierend und krass zu lesen. Und das Krasse ist wahrscheinlich, dass es halt nicht mal irgendwie übertrieben ist. Es ist wahrscheinlich wirklich auch hier ein krasses Abbild von der damaligen Zeit, den USA und den rassistischen Umständen, die es da auch gab. Ich finde auch wirklich aus heutiger Sicht krass zu lesen oder zu hören, wie er da wirklich so unfassbar inflationär das N-Wort benutzt. Das vergisst man heutzutage ein bisschen, wie krass auch normal das damals schon war. Ich meine, dieses Wort kommt im gesamten Buch erst ziemlich oft vor von relativ normalen Leuten, wo du gar nicht denken würdest, das ist jetzt irgendwie ein Rassist oder sowas. Aber andere Zeiten und das ist krass, das halt einfach auch aus heutiger Sicht nochmal zu lesen. Da merkt man dann schon, dass sich Zeiten zumindest ein bisschen geändert haben. Ich meine, es ist immer noch viel zu tun, das wissen wir alle so. Aber dieses Buch macht krass klar, boah ey, das war schon echt heftig damals. Du merkst halt die ganze Zeit über wieder Derry und generell die Menschen, die Menschheit, alles Schlechte, alles Negative in diesen Menschen, in der Welt, in dieser Stadt ist eigentlich S. Und ich habe mir am Anfang noch einmal gedacht, so krass, S, Pennywise, der Clown, der kommt ja eigentlich relativ wenig vor auf diesen 1500 Seiten. Aber wenn man es mal genau betrachtet, kommt er eigentlich die ganze Zeit über vor, weil er ist in allem, in jedem Lebewesen, was irgendwie Schlechtes denken könnte, ist Pennywise drin. Und in dieser ganzen Stadt, diese ganze Stadt ist eigentlich heimgesucht, wie Mike schon diese Zwischenspiele anfängt, sozusagen. Es ist Heimsuchung. Pennywise, dieses Monster, es ist überall und immer. Ben ließ sich auf ein Knie nieder. Seht mal her, sagt er. Ein Brett hier und eins hier. Ihr rammt sie möglichst fest ins Bachbrett, versteht ihr? Dann füllt ihr, bevor das Wasser sie wegschwemmen kann, den Zwischenraum mit Steinen und Sand. Wir, verbesserte Bill. Was? Wir werden das machen. Oh, war das Einzige, was Ben herausbrachte. Er kam sich furchtbar dumm vor und wusste, dass man das seinem Gesicht auch ansah. Und dann war er auf einmal wahnsinnig glücklich. Ja, und jetzt kommen wir zu diesen schönen und, also irgendwie schön, also was heißt schön, aber zu diesen Sommerszenen im Sommer 1958. Es beginnt alles damit, dass die Sommerferien eingeläutet werden und wir sind in der Perspektive von Ben. Wir werden in diesem Teil sozusagen auch in jedem anderen Kopf von diesen sieben Kindern mal sein. Das ist das Coole. Es gibt gar nicht so diese eine Hauptfigur. Ja, Bill ist irgendwie der Hauptfigur. Also nicht die Hauptfigur. Ja, vielleicht das Bill schon so die Hauptfigur. Aber es geht eigentlich genauso um alle anderen Figuren. Ben finde ich persönlich am sympathischsten. Mit dem konnte ich irgendwie am meisten so mich identifizieren. Aber wie gesagt, man ist in jedem anderen Kopf eigentlich genauso viel drin. Und vielleicht haben andere Leute andere Personen, mit denen sie sich am meisten identifizieren können. Das werden wir gleich mal rausfinden. Phil, was meinst du denn zu der Sache? Gibt es einen Lieblingscharakter von dir oder hast du irgendwie einen, mit dem du besonders relaten kannst? Ich glaube, ich kann gar keinen Lieblingscharakter in Es benennen. Und das Buch lebt halt auch so ein bisschen davon, dass der Club der Verlierer als Einheit agiert, dass diese verschiedenen Loser irgendwie zusammenkommen und in dieser Gruppe eben das Böse bekämpfen. Und sie bringen ineinander das Beste irgendwie hervor. Sie ergänzen sich einfach mega gut. Und deswegen kann ich nicht nur eine Person aus dem Club der Verlierer nennen, sondern muss irgendwie alle nennen. Tatsächlich, ich finde es ganz witzig, weil ich kann auch gar nicht genau sagen, wer wer ist. Also manchmal verwechsel ich die Figuren sogar ein bisschen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es vielleicht Beverly. Aber wie gesagt, ich finde, dass sie sich halt ergänzen, das ist nun mal ein ganz, ganz großer Punkt in diesem Buch. Und deswegen kann ich eigentlich keinen Lieblingscharakter benennen, aber würde sagen allgemein den Club der Verlierer vermutlich. Ja, danke Phil. Also der Sommer 1958 beginnt tatsächlich mit Ben, der Schule aus hat. Sommerferien beginnen. Und wir stellen schon fest, dass Ben irgendwie so eine Mischung aus einem Scheißleben hat. Und so ein bisschen dieses, aber er hat auch sich selbst und seine Fantasie so ein bisschen und seine Leidenschaft für Bücher. Und heftig sind natürlich Henry Bowers, Belch Huggins und Victor Criss, die halt einfach wirklich die krassen Mobber sind. Und ja, Victor Criss und Belch Huggins sind einfach Arschlöcher, während aber Henry Bowers wirklich, wirklich gefährlich ist. Es wird immer wieder gesagt, der ist einfach auch verrückt. Sein Vater ist verrückt und Bauer ist es wirklich gefährlich. Da werde ich auch später noch auf was eingehen, was mir richtig gut gefallen hat da. Aber die drei verfolgen jetzt Ben auf jeden Fall und verfolgen ihn in die Barons, wo Henry ihm noch auf seinen Bauch seine Initialen einritzt mit einem Messer, was wirklich zeigt. Also wo dann auch wirklich die anderen beiden gesagt haben, bist du sicher, dass du das machen willst? Aber sie haben natürlich auch nicht den Mumm, jetzt da wirklich einzuschreiten. Aber man merkt, die beiden kriegen da Angst und merken so, oh shit, Henry, der geht schon ganz schön weit, wo wir eigentlich nicht mehr weitergehen würden. Aber Henry zieht das eiskalt durch. Das ist auch echt heftig. Und schließlich stürzt Ben in die Barons, dann passieren da noch ein paar Sachen. Irgendwann fällt er dann in Schlaf und träumt tatsächlich seinen Traum von Pennywise, dem er tatsächlich im Winter schon einmal begegnet ist. Aber die Ballons konnten nicht auf Ben zuschweben. Gegen den Wind. Aber genau das schienen sie zu tun. Ben, rief der Clown auf dem Eis. Ben dachte, dass die Stimme nur in seinem Verstand war, obwohl er sie mit den Ohren zu hören schien. Möchtest du einen Ballon, Ben? Und in dieser Stimme schwang etwas so Böses, so Schreckliches mit, dass Ben wegrennen wollte, so schnell er konnte. Aber seine Füße schienen an den Boden angefroren zu sein, wie die Wippen auf dem Spielplatz. Sie fliegen, Ben! Sie fliegen alle! Versuch's doch selbst einmal! Ja, und dann wacht er halt wieder auf und begegnet Bill und Eddie, genau, die den Damm gebaut haben. Und das ist so die erste schöne kindliche Szene. Mir hat das so gut gefallen, wie die so aufeinandertreffen. So richtig kindlich, unbedarft und dann irgendwie über Sachen reden. So irgendwie, also das ist jetzt bestimmt ein Dialog von später, aber solche Dialoge gab's irgendwie immer wieder und öfters schon. So dieses, ah, jüdisch. Was ist jüdisch? Ist jüdisch sowas eher wie türkisch oder eher wie ägyptisch? Das ist halt irgendwie, das ist so cool. Und jeder hat so seine Eigenarten. Und jetzt geht's halt erstmal damit los, dass Eddie den Asthmaanfall hat. Bill rast auf Silber los, während Ben dann eben bei Eddie bleibt, um sicher zu gehen, dass da nichts passiert. Ja, dann kommt der Dammbau. Ich glaube auch, das ist wieder eine Szene von später, aber ich finde, es passt jetzt gut in diesen Teil vom Video, weil es einfach um dieses kindliche, diese kindliche Zusammenführung geht. Wir haben Mr. Nell, der Polizist, der vorbeikommt und rausfinden will, warum der, warum das Wasser da ausbleibt da drüben und sieht dann, oh mein Gott, ihr Scheißkinder habt da einen Damm gebaut und deswegen fehlt jetzt der ganzen Stadt Wasser. Und er ist eigentlich richtig wütend und so, ey, wer von euch hatte diese Scheißidee? Und Ben steppt nach vorne, so richtig schüchtern, so, oh mein Gott, ja, es war meine Idee. Aber Bill und alle anderen stellen sich neben ihnen, ja, aber wir haben mitgemacht. Wir waren auch dabei. Und sind halt wirklich bereit, das in Kauf zu nehmen. Sich halt auch eine Strafe vielleicht abzuholen oder so. Und da muss Mr. Nell anfangen zu lachen, so, oh mein Gott, ihr seid mir schon so ein geiler Trupp, so. Aber er findet das halt auch irgendwie cool, dass diese Gruppe da wirklich zusammenhält. Er denkt das vielleicht nicht bewusst, das weiß ich gerade nicht mehr so. Aber ich bin mir sicher, dass er so, oder bewusst sich wirklich denkt, krass, irgendwas geht hier wirklich ab. Und was abgeht, ist natürlich das K. Alter, das ist mir jetzt erst so beim Schreiben von dem Skript hier so aufgefallen. Hä? Das ist ja wirklich, also die sind ja wirklich ein Kartett. Also diese Gruppe hier. Ich dachte immer so, ja, das sind halt Freunde, die sich finden so. Und ja, irgendwie ist da das Schicksal so ein bisschen mit drin und die Schildkröte. Aber erst seit ich den Dunklen Turm gelesen habe, fällt mir auf, ey, die sind halt auf jeden Fall ein Kartett. Das ist noch so was, was halt einem beim ersten Lesen vielleicht gar nicht auffällt, weil man den Dunklen Turm noch nicht gelesen hat. Aber nachdem man den Dunklen Turm eben gelesen hat mit der ganzen K- und Kartett-Sache, wird einem klar, jo, das hier ist die Definition von Kartett. Das K steht drüber, dreht sich im Kreis, das K ist ein Rad und es bildet dieses Kartett. Und das ist so schön zu lesen. Auch wenn man jetzt vielleicht diesen Begriff K noch nicht liest, äh, noch nicht kennt vom ersten, beim ersten Lesen, ist es irgendwie so leicht schaurig, geruselig, aber irgendwie gleichzeitig halt auch total schön zu lesen, wie diese Freunde sich hier finden. Es gibt dann auch das Kapitel Aufwasch, wo am Anfang noch die Szene mit Beverly ist im Bad, wo das ganze Blut rausspritzt aus dem Ausguss sozusagen. Und ich muss sagen, diese Szene werde ich nie vergessen im Buch, weil ich diese Szene damals abends im Bett gelesen habe. Und das Problem war, ich musste danach noch ins Bad. Und ich habe die Szene gelesen und war so, scheiße, ich kann jetzt nicht ins Bad. Das geht einfach nicht. Ich habe wirklich so drüber nachgedacht, okay, soll ich das Zähneputzen heute Abend ausfallen lassen? Aber ich habe es gemacht und es war scheiße gruselig, da im Bad zu stehen und mir die Zähne zu putzen und die ganze Zeit diesen Abfluss zu sehen. Also die Szene werde ich auf jeden Fall nicht so schnell vergessen. Aber das war auch so eine der ersten Gruselszenen, mit denen ich so richtig Berührungen hatte, weil wie gesagt, weder Horrorfilme noch irgendwie Gruselbücher habe ich davor gelesen und ich dachte immer so, das mag ich gar nicht. Ich bin ja so ein Schisser und habe hier so einfach gemerkt, hey, bei so einer Gruselszene hat man wirklich so richtig zwei Hälften im Kopf. So die eine Hälfte denkt sich, oh, ist das gruselig, lass das einfach möglichst schnell enden, während die andere Hälfte denken, boah, krass, ich fühle mich so lebendig gerade, es ist so intensiv und ich will, dass das noch möglichst lang weitergeht. Und dann ist das ein richtiger Fight zwischen diesen Hälften und das hatten wir bei diesem Buch einfach richtig gut gefallen und ich glaube, ich habe seitdem suche ich permanent nach Büchern, die mir das Gleiche wiedergeben können. Junge, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo eins meiner Lieblingszitate aus S herstammt, auch wenn ich es tatsächlich nicht wiedergefunden habe und das immer nur paraphrasieren kann und ich weiß, ob es wirklich in diesem Part vorkam oder erst später, aber ich muss immer an diesen Teil denken, wenn ich an diesen Satz denke und immer wenn ich einer Person von es erzähle, ist das einer der ersten Sätze, an die ich denken muss. Es geht meines Wissens nach, also tatsächlich geht es in diesem Part um Bill, wie er im Taxi fährt, er ist jetzt erwachsen und ist zum ersten Mal seit seiner Kindheit wieder in Derry und er fährt durch diese Stadt und sieht die ganzen Veränderungen. Als er ein Kind war, da war das eine große Kleinstadt und jetzt ist es eine kleine Großstadt geworden und er fährt an der Stelle vorbei, wo früher das Aladdin stand, das kleine Kino, wo er als Kind total offen war und das gibt's aber jetzt nicht mehr. Stattdessen steht da ein Bankgebäude und ich dachte immer, dass das in dieser Szene war, aber ich glaube, es war doch nicht in dieser Szene, aber ich dachte immer, dass in dieser Szene dann der Gedanke von Bill kommt, wie er sich denkt, so wie die Kinos dieser Stadt durch Bankgebäude ersetzt wurden, wurden auch die Kinos in unseren Herzen durch Bankgebäude ersetzt. Und das ist so gut, weil, also, oh, es ist so tragisch irgendwie, aber so auf den Punkt gebracht und, naja, es macht mich gerade eher ein bisschen fertig, dass das scheinbar nicht in dieser Szene war, weil ich habe die Szene nochmal durchgelesen und da habe ich diesen Satz nicht gefunden. Ich habe nochmal ein paar andere Szenen überflogen, wo ich dachte, dass dieser Satz vielleicht auftauchen könnte, aber ich habe ihn echt nicht gefunden. Aber es ist auch ein 1500 Seinbuch, ich wollte jetzt nicht das ganze Buch nochmal durchlesen, nur um diesen Satz zu finden. Aber dieser Satz, egal an welcher Stelle der jetzt tatsächlich vorkommt, an dieser Stelle habe ich ihn immer vermutet und der ist geil, der Satz. Er ist wirklich gut, er beschreibt eigentlich das Thema von S. Perfekt, denn eins der großen Themen in S ist dieses Erwachsenwerden. Und das Erwachsenwerden irgendwie echt gruselig ist, weil man plötzlich gar nicht mehr an diese schönen Dinge von damals glaubt, sondern plötzlich, also man glaubt nicht mehr daran, dass wir gehen jetzt über diesen Bach und da in diesem Bach sind Piranhas, die uns auffressen werden, wenn wir reinfallen. Nein, wir glauben jetzt nur noch an einen guten Wein am Abend und eben an Geld und Banken und sowas. Und das ist natürlich, die Aussage ist dann natürlich, dass man sich das innere Kind auch bewahren kann und dann trotzdem gegen S gewinnen kann. Aber das ist so ein Schock, den man erstmal als Erwachsener irgendwie überwinden muss. Dieses, boah, ey, wenn man nicht aufpasst, versinkt man so in dieser Gesellschaft, in diesem gesellschaftlichen Erwachsensein und denkt plötzlich nur noch an einen guten Wein am Abend und an Geld. Dieser Satz, so wie die Kinos dieser Stadt durch Bankgebäude ersetzt wurden, wurden auch die Kinos in unseren Herzen durch Bankgebäude ersetzt. Generell diese Taxifahrt beinhaltet so sehr dieses Thema, auch wenn dieser Satz, den ich gerade genannt habe, vielleicht nicht in dieser Taxifahrt stattgefunden hat. Aber genau darum geht es auf dieser Taxifahrt auch. Das ist für mich S. Phil, hast du eigentlich auch so eine Szene? Gibt es bei dir auch so was? Das ist dieser Moment, an den du immer denken musst, wenn du an S denkst? Das ist eine richtig gute Frage und da habe ich eine Antwort drauf, denn für mich ist es einfach das Intro. Die allererste Szene, in der Georgie mit seinem gelben Regenmantel seinem Papierschiff nachläuft und dann in einem Gully auf Pennywise trifft, der ihn dann direkt erstmal zerfleischt. Das ist das Intro von diesem Buch, das ist das Intro von beiden Verfilmungen und ich finde, das ist so eine ikonische Szene einfach nur. Das ist ein Motiv, das wirklich direkt mit einem Holzhammer irgendwie dieses Buch einleitet und ich finde, das ist so genial und das macht wirklich, das bereitet einen auf dieses ganze Buch einfach vor. Es hat sofort eine gewaltige Stimmung. Es zeigt einfach an, hey, hier geht es um den Kampf einer Partei gegen das Böse sozusagen und ich finde einfach, das war so eine grandios geschriebene Intro Szene und da werde ich glaube ich auf ewig immer dran denken, als allererstes, wenn ich an S denke. Ja, das ist definitiv eine sehr ikonische Szene, kann man definitiv nicht anders sagen. Danke, Phil. Im Buch treffen dann die Erwachsenen alle wieder aufeinander. Diese alten Kinderfreunde, die sich seit Jahren nicht gesehen haben, treffen jetzt wieder aufeinander. Das ist auch so gut gemacht. Es ist so gut geschrieben. Es ist wie so ein kleines Klassentreffen irgendwie, wie man sich das so vorstellt. Die treffen aufeinander und alle verfallen sie erst mal wieder in ihre alten Gewohnheiten. Richie mit seinem übertrieben verlustig sein und so. Und alle albern irgendwie erst mal so ein bisschen rum in ihren alten Gewohnheiten sozusagen. Aber alle wissen halt auch genau, warum sie da sind. Und das ist irgendwo in ihrem Unterbewusstsein scheiße. Wir sind nicht hier, um rumzualbern, sondern wir sind hier, weil es zurück ist. Tatsache ist, dachte Bill, dass Mike jetzt jeden Moment das Wort ergreifen wird und ich bin mir nicht sicher, ob ich hören will, was er zu sagen hat. Tatsache ist, dass mein Puls etwas zu schnell ist und meine Hände etwas zu kalt sind. Tatsache ist, dass ich 25 Jahre zu alt bin, um solche Schreckensnachrichten zu hören. Wir alle sind zu alt dazu. Also sagt schon was, irgendwer, irgendwas. Reden wir über Karrieren und Ehepartner und wie es ist, alte Kinderfreunde wiederzusehen und zu erkennen, dass man im Laufe der Jahre ein paar ganz ordentliche Schläge auf die Nase abbekommen hat. Reden wir über Sex, Baseball und Benzinpreise, die Zukunft der Staaten, des Warschauer Pakts, über alles Mögliche, nur nicht über das, was uns hierher geführt hat. So sagt doch endlich jemand was. Das Problem ist, dass sie jetzt erwachsen sind und das merken sie auch, weil damals als Kinder haben sie es zwar irgendwie noch geschafft, es zu besiegen oder zumindest halt mal zu verwunden, wie es halt ist so. Aber jetzt sind sie erwachsen und sie trauen sich diese Taten irgendwie nicht mehr zu, weil sie sind nicht mehr jung und haben nicht mehr diesen Glauben an das immer da seiende Gute in allem. Und das würde sie quasi jetzt fast schon zu Fall bringen. Auch ist ihnen klar, dass sie nicht mehr der perfekte Kreis sind, der sie damals waren. Also sie waren ja zu siebt und vom K aus gewählt sozusagen. Aber Stanley ist nicht mehr da. Stanley ist tot. Und es macht sie darauf auch sehr schnell bewusst. Er macht hier irgendwie, ich glaube, was war das? Er schickt ihnen irgendwie den Kopf von Stanley und sagt so, ey, Stanley konnte es nicht. Und ha ha ha. Ihr seid nicht mehr vollständig. Und das ist ihnen natürlich auch klar, dass der Kreis jetzt unterbrochen ist. Aber sie raffen sich trotzdem zusammen, gehen auf die Spaziergänge und bereiten sich darauf vor, es wieder gegenüber zu treten, auch wenn sie sich noch nicht an alles von damals wieder erinnern. Das ist ihnen auch klar. Wir erinnern uns grundsätzlich wieder daran, dass das damals irgendwie war, aber nicht an alles, was da passiert ist. Und das muss ihnen erst alles wieder klar werden, auf diesen sechs Spaziergängen, auf die ich jetzt allerdings nicht eingehe. Ich würde es gerne, aber auf Zeitgründen mache ich es nicht. Wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit, beziehungsweise wir sind noch in der Gegenwart, sozusagen, wo sie alle Erwachsene sind und sich daran zurückerinnern, an die ganzen Dinge, die jetzt damals waren. Und da möchte ich noch auf dieses krasse Stilmittel eingehen. Ich weiß noch, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe und immer gesagt habe, krass, andere Autoren beenden, ein Kapitel mitten in der Handlung, während Stephen King ein Kapitel mitten im Satz beendet. Aber das ist aber so geil gemacht. Also ich meine jetzt nicht die richtigen Kapitel, sondern diese Unterkapitel, wo dann immer so eins, zwei, drei und so weiter ist. Aber wir haben quasi jetzt eine Szene in der Gegenwart und dann endet der Satz mittendrin im Satz und dann kommt quasi das nächste Unterkapitel. Wir sind jetzt in der Vergangenheit und der Satz geht an der Stelle, wo er im Kapitel davor aufgehört hat, geht er jetzt weiter. Aber wir sind nicht mehr in der gleichen Szene, sondern in der Vergangenheit. Und es ist erstmal richtig verwirrend, aber ein mega geiler Schachzug, um zu zeigen, wie diese Zeitebenen ineinander verworren sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so cool gemacht. Genau, also wir sind jetzt da und sie erinnern sich immer wieder zurück. Und als erstes kommt jetzt die apokalyptische Steinschlacht. Boah. Und auf die wurde auch so viel schon angedeutet. Also auch das war schon so ein Foreshadowing. Irgendwie die ganze Zeit über wurde darauf angedeutet. Ach ja, und da war ja diese Steinschlacht damals, die apokalyptische Steinschlacht. Und jetzt sind wir da angelangt, wo sie passiert. Und erstmal könnte man sich denken, hey, das ist einfach doch eigentlich nur so ein Kinderfeil. Und oh mein Gott, die beschmeißen sich ein bisschen mit Steinen. Aber es ist so viel mehr. Es ist wirklich eine apokalyptische Steinschlacht. Das ist tatsächlich auch erst der Moment, wo sie zum ersten Mal komplett sind. Bis dahin waren sie zu sechst und durch diese Steinschlacht kommt Mike erst zu ihnen. Mike, der, von dem wir immer dachten, er war schon immer der Leader, der Anführer sozusagen. Aber jetzt merken wir, nein, er kam erst viel später dazu. Und zwar auch so wie Ben. Er wurde von den drei Mobbern gejagt und stößt damit auf die anderen sechs, die sich direkt schon wie so Helden aufrichten. Die haben schon irgendwie die Steine parat. Sie wussten, dass sie die Steine gleich brauchen werden. Nehmen Mike bei ihnen auf und dann geht die Steinschlacht los. Und das ist richtig apokalyptisch, weil ihnen auch irgendwie allen klar ist, dass sie wieder nur ein Puzzleteil im Großen und Ganzen sind. Dass es irgendwas über ihnen gibt, was all das bestimmt und vorhersieht. Und das wird auch Henry Bowers klar. Denn er merkt, oh mein Gott, das sind irgendwie nicht nur diese kleinen Kinder hier, die ich die ganze Zeit schon am Fertigmachen bin. Nein, da ist noch irgendwas anderes. Irgendwas steht über denen. Irgendwas hilft denen gerade. Und das macht ihm Angst. Und deswegen hauen sie ab. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und das ist schon heftig. Und ab dem Moment sind sie vollständig. Deswegen, auch deswegen, waren sie da zum ersten Mal so richtig das Kartett und konnten Henry in die Flucht schlagen. Wenn Mike jetzt noch nicht da gewesen wäre, wären sie unvollständig gewesen und hätten es wahrscheinlich nicht geschafft. Und weil er da war, weil sie ab dem Moment vollständig waren, waren sie das Kartett. Henry hat gemerkt, oh shit, jetzt wird es serious mit denen. Die sind nicht mehr einfach nur irgendwelche dahergelaufenen Kinder. Das ist mir zu gefährlich. Ich ziehe mal lieber ab. Ja, die Rauchloch-Szene, auf die will ich natürlich auch noch eingehen, weil ich da so gespaltener Gefühle bin, was das angeht. Also die haben sich irgendwie dieses Rauchloch gegraben, machen da unten Feuer drin, weil sie gehört haben, die Dämpfe werden ihnen dann Visionen vorführen. Und vielleicht erfahren sie durch diese Visionen ein bisschen was über es. Aber fast alle hauen halt irgendwie noch vorher ab, bevor irgendwas passiert. Und am Schluss sind nur noch Ben und Richie da. Und die kriegen tatsächlich eine Vision. Sie sind plötzlich in den Barons, aber in den Barons vor Millionen von Jahren. Sie merken wirklich, diese Landschaft ist noch ganz anders geformt. Und wir sind wirklich Millionen von Jahren in der Vergangenheit. Und dann sehen sie in der Ferne die Ankunft von S auf der Welt. Es kommt als Feuerball auf die Erde geflogen. Und ab dann ist S da. Und das ist eine geile Szene schon. Also es ist wirklich krass gemacht. Ich habe in dem Moment gedacht, wow, krass, ey, wir sehen wirklich gerade die Ankunft von S auf der Erde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das zu viel finde und nicht nötig. Also ich meine, das ist nicht viel. Wir sehen, wir erfahren trotzdem nicht wirklich viel mehr über Pennywise. Das ist auch gut. Aber diese Tatsache, dass S wie so ein Alien aus dem Weltall auf die Erde kam, ist für mich dann so ein bisschen zu Fantasy-Science-Fiction mäßig vielleicht, weil es ja eigentlich darum ging, dass es alles Böse in der Menschheit ist. Man könnte vielleicht sagen, ja, okay, aber S kam ja vor den Menschen und deswegen gibt es das Böse in den Menschen ja wirklich erst. Aber ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, gespaltener, also gemischter Gefühle einfach. Weil irgendwie ist es eine coole Szene. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob sie wirklich nötig gewesen wäre und ob es nicht besser gewesen wäre, wenn es sie nicht gäbe, wenn wir so gar nicht wüssten, wo es jetzt wirklich herkommt. Vielleicht ist es sogar so, dass wir Menschen es erst gezüchtet haben oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr da vielleicht zu denkt. Vielleicht habt ihr da eine andere oder eine ähnliche Meinung, sogar wie ich. Zum Schluss von diesem Part wollte ich noch auf die Armbruchszene eingehen, wo Henry Bowers Eddie den Arm bricht. Es klingt erstmal wie eine unscheinbare Szene. Warum geht er denn da jetzt genauer drauf ein? Das ist doch nur die Szene, wo Henry mal wieder einfach, Henry ist ein verrücktes Arschloch und Eddie halt den Arm bricht so. Das ist auch nicht genau das, worauf ich eingehen möchte, sondern die Tatsache, dass es auf offener Straße passiert, dass Eddie sich denkt, oh mein Gott, kann nicht ein Erwachsener bitte mal vorbeikommen und mir helfen? Und dann kommt ein Erwachsener vorbei aus dem Laden. Ein Verkäufer sieht es, kommt raus und ruft noch so, ey, lass doch mal den Jungen in Ruhe. Und Henry baut sich auf. Henry ist irgendwie ein zwölfjähriger Junge oder so. Also eigentlich literally fast noch ein Kind. Aber trotzdem schrumpft dieser Verkäufer, dieser Erwachsene vor Henry Bowers zusammen und macht so, okay, ich geh da mal wieder, tschüss. Und in dem Moment merkst du wirklich, ach du Scheiße, was ist denn bitte Henry für ein Verrückter? Also wie gefährlich ist er bitte, dass selbst ein Erwachsener Angst vor ihm hat? Das ist so der Gedanke, den Eddie dann auch in dem Moment hat. Ach du Scheiße, Erwachsene sind doch Autoritätspersonen. Vor Erwachsenen muss man Angst haben. Wenn ein Erwachsener sagt, hör auf, dann hört man auf. So funktioniert das. Und Henry ist das scheinbar egal. Und das macht ihn so gefährlich. Und in dem Moment checkt Eddie wirklich zum ersten Mal so richtig, wow, okay, krass, das ist mehr als, also wirklich, wirklich, wirklich mehr als nur ein gefährliches Kind, wenn sogar Erwachsene vor ihm Angst haben. Jesus, wenn ich vorher gesagt habe, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend so mit den Zeitebenen, jetzt ist die Verwirrung wirklich maximal, weil wir haben jetzt die beiden Zeitebenen und in beiden Zeitebenen sind die Figuren in der Kanalisation auf der Suche nach Es. Es ist wirklich krass. Also wir haben basically, es ist zweimal genau das Gleiche, was ihnen passiert, aber irgendwie doch nicht. Also es klingt jetzt so, als könnte es dann langweilig sein. Zwei Mal das Gleiche, so ist es jetzt nicht. Aber es ist, man muss schon immer sehr gut aufpassen. Warte mal, gehen die jetzt gerade durch die Kanalisation auf der Suche nach Es als Erwachsene? Und das ist auch der Punkt, wo eine andere Person dieses Mal gelesen hat zu mir gesagt hat, ey, ich fand es doof, weil es war einfach total confusing. Und ich fand das nicht doof, aber ich kann es verstehen, dass man es confusing findet. Ja, sie sind halt jetzt quasi als Erwachsene wieder auf der Suche nach dem Schlupfloch von Es in der Kanalisation. Sie haben sich erinnert, okay, Es war in der Kanalisation, deswegen müssen wir da hin. Und dann haben wir immer mal wieder die Szenen auch, wie sie halt da als Kinder sind, weil wir wissen ja immer noch nicht, wie diese Kindheitsebene damals tatsächlich ausgegangen ist. Wir wissen nur, ja, damals war als Kinder, ist was passiert auf jeden Fall, aber wir wissen immer noch nicht, was damals passiert ist, wie diese Konfrontation damals aussah. Und warum es danach verschwunden ist, aber jetzt trotzdem wiederkommt. Und dann haben wir in beiden Zeitebenen die finalen Konfrontationen. Es kommt das Ritual von Jude. Das Ritual von Jude, was im Film so ultra dumm dargestellt wurde. Also es war, es hat ja im Film einfach literally dann nicht funktioniert. Und ich war so, wow, was zur Hölle? Das ist so geil gemacht gewesen im Buch, wie dieses Ritual von Jude. Wo sie sich am Anfang noch denken, hä, was? Also die Kontrahenten müssen sich gegenseitig auf die Zunge beißen und sich Witze erzählen. Und der erste, der lacht, hat verloren. So, hä? Hä? Und wenn es dann aber dazu kommt, merkt Bill, der ist dann der Anführer, deswegen tritt er es gegenüber. Und er merkt, ey, okay, das ist jetzt nur auf psychologischer Ebene. Ich muss dem nicht wirklich auf die Zunge beißen. Aber die beiden, also Bill und S schweben dann durchs Makroversum. Und das ist, einer denkt, so ein geiler Dialog irgendwie, wie die beiden sich da unterhalten. Und wie S auch hier so mega Trash-Talk irgendwie führt. Und dann fliegt Bill an der Schildkröte vorbei. Und er sagt zur Schildkröte, ey, du musst uns helfen. Und die Schildkröte ist halt einfach nicht interessiert. Mein Bruder hat seinen eigenen Platz im Makroversum. Energie ist ewig. Das muss sogar ein Kind wie du begreifen. Ja, so ein Gottwesen, aber halt ein machtloses Gottwesen. Und sagt so, mei, ich kann auch nichts machen, weil ihr seid dafür selber verantwortlich. Ist, ja, ein bisschen frustrierend, aber irgendwie richtig gut. Ja, und dann ist es einfach cool gemacht, wie sie tatsächlich in beiden Zeitebenen es besiegen. In der Kindheitsebene ist es quasi Bill, der dann tatsächlich da das Ritual von Schütt durchführt. Er ist auch irgendwie schon ein bisschen am Verlieren, aber dann gibt ihm, glaube ich, ich glaube, die Schildkröte gab ihm noch den Tipp, hier im finsteren Föhrenwald, mehr kann ich dir nicht sagen. Und Bill checkt, okay, ey, dieser Spruch hier, den ich immer aufsagen soll, um für mein Stottern zu üben, um zu üben, flüssig zu sprechen quasi, so ein banaler Satz im finsteren Föhrenwald, da wohnt ein greiser Meister, er ficht gar furchtlos kalt, sogar noch feiste Geister, aber diesen Satz, den hat er noch nie stotterfrei aufsagen können. Und jetzt schreit er ihm es entgegen und er bringt ihn stotterfrei auf die Reihe. Und das ballert es einfach mal, diese Furchtlosigkeit ins Gesicht, Bäm, hier, ich stotter nicht. Ich kann diesen Satz in your face ohne zu stottern sagen. Bäm, das ist so geil. Und in der Erwachsenenebene ist es so, dass Bill tatsächlich richtig verkacken würde, weil Bill hätte es tatsächlich nicht geschafft, wenn Richie nicht vorbeigekommen wäre mit seiner Ei-Karamba-Stimme. Er macht natürlich mal wieder den Clown und damit, dass er den Clown macht, verwirrt er es. Er macht sich quasi über es lustig und das kann es gar nicht abhaben. Das versetzt es in richtige Qualen und das ist sozusagen in der Zukunft das Go-To-Mittel. Und dann kommt natürlich noch das Ganze mit den Eiern, weil es ist ja quasi eine Spinne. Also, habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass das die finale Form ist? Ich glaube schon. Die finale Form von S ist eine Riesenspinne. Okay, alles klar. Und S, die Spinne, die tatsächlich auch weiblich ist, also eigentlich sie, hat Eier gelegt. Ganz viele Eier auf dem Boden, die natürlich alle noch zertreten werden müssen. Das war ein bisschen albern und irgendwie sehr eklig. Das wollte Stephen King wahrscheinlich genau damit auch erzeugen. Aber trotzdem viel, viel, viel besser. Den viel besseren Kampf fand ich diesen psychischen Kampf zwischen Bill und S im Makroversum. Das Ritual von Jude. Glaube, dass es eine Zahnfee gibt, die in einem Schloss aus Zahnschmelz wohnt und irgendwo hinter dem Nordpol Santa Claus, der in einer Werkstatt voller Elfen Spielzeuge herstellt, dass es Captain Midnight wirklich geben könnte. Oh ja, das wäre möglich. Auch wenn Calvin und Sissy Clarks großer Bruder Carlton sagt, dass das alles nur Kindergeschichten sind. Glaube, dass deine Eltern dich wieder lieben werden, dass Mut möglich ist, dass dir alle Wörter immer leicht und glatt von der Zunge gehen werden. Keine Verlierer mehr. Kein Kauern in einer Erdgrube mit der hochtrabenden Bezeichnung Clubhouse. Kein Weinen in Georgies Zimmer, weil du ihn nicht retten konntest. Glaube an dich selbst. Glaube an die Glut dieses Verlangens. Er begann plötzlich in der Finsternis zu lachen. Nicht hysterisch, sondern in äußerstem, verzücktem Staunen. Oh scheiße, ich glaube an all diese Dinge. Dieser Abschluss tatsächlich, der war super, super geil. Wie die in der Psyche, im Kopf quasi gegeneinander fighten, dann mit Psyche gewinnen sozusagen. Ohne irgendwie, dass da wirklich ein tatsächlicher Kampf stattfindet oder so. Nur mit Gedanken und Psyche gewinnen die über dieses Monster. Und nur so geht es natürlich auch. Das macht völlig Sinn. Das ist perfekt gewählt. Ja, und jetzt haben sie es tatsächlich wirklich besiegt. Eddie ist tatsächlich dabei draufgegangen. Was echt traurig war. Was echt echt traurig war. Jetzt sind sie nur noch zu fünft. Aber sie kommen raus. Derry ist quasi komplett den Bach runtergegangen. Es gab ja dieses riesen Unwetter. Der Wasserturm ist eingestürzt. Die Bibliothek von damals ist eingestürzt. Das ist alles irgendwie so richtig apokalyptisch irgendwie. Und ihre Wege trennen sich schon wieder. Schon wieder merken sie, wie das Vergessen einsetzt. Da gab es glaube ich dieses Telefonart auch zwischen Bill und Mike. Wie sie nochmal über alles sprechen. Und in diesem Gespräch schon merken, wie sie langsam wieder alles vergessen. Ich glaube Mike sagt dann sowas wie, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie Stanley mit Nachnamen hieß. War es irgendwie Stanley Underberg, Underwood, irgendwie sowas. Und sie merken, krass, wir werden wieder alles vergessen. Und diesmal auch Mike. Denn es gibt nichts mehr, wofür er sich daran erinnern muss. Die Schildkröte hat vielleicht so ein bisschen dafür gesorgt, dass er sich daran erinnert, weil sie sich daran erinnern müssen, weil es noch nicht besiegt ist. Aber jetzt ist es besiegt. Und deswegen, keiner beruhigt alles vergessen. Ja Leute, ich wollte unbedingt noch die Verfilmungen anschneiden tatsächlich. Also es gibt ja zwei davon. Also aus den 90ern, den Fernsehfilm und dann die beiden Filme von 2017 und 2019. Da lasse ich auch erstmal Phil zu Wort kommen. Phil, was meinst du zu diesen Verfilmungen? Was ist da dein Fazit zu diesen Filmen? Ich habe sowohl die alte Verfilmung gesehen, als auch die neue. Und generell bin ich der Meinung, dass es eigentlich unverfilmbar ist. Alleine schon aufgrund seiner Dicke, aber auch aufgrund dessen, was im Plot so passiert. Gerade am Ende der Showdown, die Szene der Kanalisation. Das sind alles Sachen, die kannst du eigentlich gar nicht so richtig filmisch rüberbringen. Das Ritual von Shit, wie soll das funktionieren? Das hat so viel im Kopf des Lesers einfach gemacht. Das kannst du auf Filmen gar nicht richtig einfangen. Die beiden Filme haben aber einen ganz guten Job gemacht, finde ich, die Quintessenz des Buches zumindest irgendwie zu transportieren. Vor allen Dingen S Teil 2 von 2019. Da musste ich auch am Ende echt ein bisschen weinen. Ich fand, das hat einfach großartig dieses Gefühl von Zusammenhalt rübergebracht und hat einfach das ganze sehr modernisiert. Das Buch an sich ist aber halt nicht nur klassischer Horror und die Verfilmungen gehen halt so ein bisschen auf dieses klassische Hollywood-Horror-Ding irgendwie ein. Also das Buch ist natürlich nie so richtig werkgetreu verfilmt worden, finde ich. Aber wie bereits gesagt, das geht halt meines Erachtens auch gar nicht. Dementsprechend, ich bin mit den Verfilmungen eigentlich recht zufrieden. Der alte Film ist natürlich irgendwie schlecht gealtert. Aber ja, was soll man schon erwarten, wenn Hollywood sich diesem Werk hier annimmt? Dafür, finde ich, sind beide Verfilmungen schon eigentlich ganz gut gelungen. Und dann haben wir den Epilog mit Audra und Bill. Audra, die Frau von Bill, auf die bin ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht eingegangen. Aber das, ich kann auch nicht auf alles eingehen tatsächlich. Aber um das nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, sie ist ihm ja hinterher gereist. Sie kam in die Fänge von Tom und Tom und sie sind dann in die Fänge von S geraten. Tom ist ja gestorben dann, während sie sozusagen die Totenlichter tatsächlich erblickt hat. Die Totenlichter, diese eine letzte endgültige Waffe von S, wenn man die Totenlichter erblickt, dann ist das wohl so schrecklich, so schlimm, dass man komplett den Verstand verliert. Keiner weiß, was die Totenlichter sind, aber Audra hat sie gesehen und deswegen ist sie danach auch völlig apathisch. Bill kann sie noch finden, sie ist nicht tot oder so, aber sie ist halt völlig apathisch. Sie spricht kein Wort. Sie wirkt nur noch wie so eine leere Hülle irgendwie. Aber er nimmt sie natürlich trotzdem mit nach Hause. Irgendwie verbringen sie so ein bisschen Zeit und das ist natürlich voll schrecklich für ihn, seine Frau irgendwie so zu sehen. Und dann hat er die letzte Idee, was er noch machen kann. Er steigt nochmal auf sein Fahrrad, auf Silver, nimmt sie auf den Gepäckträger mit und sie machen so eine richtig schöne halsbrecherische Tour, die so richtig schön gefährlich ist, aber es ist ihm egal. Es ist ihm so egal, wie es ihm als Kind egal war, wo er auch so halsbrecherische Dinge gemacht hat. Aber er war halt ein Kind und hat nicht darüber nachgedacht, dass das einfach scheiße gefährlich ist, dass er da irgendwie voll drauf gehen könnte. Und so ist es jetzt auch wieder. Und er hat den Spaß seines Lebens. Er ruft wieder Hi, yo Silver. Und dann merkt er plötzlich, wie der Griff seiner Frau, der vorher nur so locker war, sich plötzlich verfestigt. Und sie schreit ihm ins Ohr, Bill, du wirst uns beide umbringen. Und er ruft, glaubst du, ich weiß es, aber halte nicht an. Och, und das war doch so schön, dass tatsächlich diese eine letzte kindliche Handlung, sie sind Erwachsene, er ist ein alter Mann, er wird sich wahrscheinlich wirklich alle Knochen brechen, wenn er auch nur hinfliegt. Aber er macht es, weil er sich keine Gedanken darüber macht. Er will einfach nur Spaß haben und das holt Order zurück. Und das ist so schön gemacht. Boah, Junge, jetzt habe ich tatsächlich über alles geredet. Also natürlich nicht über alles, aber ich bin jetzt einmal die Handlung durchgegangen. Ich habe über alles Wichtige geredet und ich könnte euch so viel erzählen über, dass es einfach die beste Story über Freundschaft, über Liebe, über Erwachsensein, über das innere Kind ist, über Magie, Fantasie und all sowas. Aber das ist so lahm und nichtssagend, hat man schon eine Million mal gehört. Deswegen mache ich hier jetzt einmal eine Cut. Ich verabschiede mich euch. Äh, ich, äh, meine Stimme ist auch schon voll angeschlagen jetzt, ich habe so lange gelabert. Ich verabschiede mich mit euch, äh, ich verabschiede mich von euch und hinterlasse euch nur noch dieses eine letzte Zitat von Mike, was die letzten Worte im Buch S sind vor dem Epilog. Die sind so schön. Ich glaube, dass, wenn ich morgen entlassen werde, die Zeit gekommen sein dürfte, um über ein neues Leben nachzudenken. Nur wie genau ein solches neues Leben aussehen könnte, das ist mir noch nicht klar. Wisst ihr, meine Freunde, ich habe euch geliebt. Ich habe euch so sehr geliebt. Ja, liebe Leute, das war's. Jetzt habe ich wirklich über alles geredet. Also, nicht über alles. Ich kann auch nicht wirklich über alles reden, Leute. Aber ich sag mal, über das Wichtigste habe ich jetzt geredet. Es war mir ein Vergnügen. Es war ultralang. Also, danke erstmal fürs Zuschauen, Leute, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke tatsächlich auch an Phil, dass er da dabei war. Es war mir eine Freude, mit dir darüber ein bisschen zu interagieren und dich jetzt hier so rein zu cutten. Tatsächlich hat das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen aufgelockert. Und ja, was soll ich sagen? Wichtige Frage noch für euch. Ich hätte tatsächlich mega Bock, noch mehr so Spoiler-Talks zu machen. Ihr auch? Also, es gibt tatsächlich noch ein paar Bücher, die ich mir schon so überlegt habe, über die ich gerne noch sprechen würde. Natürlich ein paar Stephen King-Bücher, aber natürlich auch andere Bücher, die nicht von Stephen King sind. Also, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Nicht, dass ich mich von euch aufhalten lassen würde, wenn ihr keinen Bock drauf hättet. Ja, genau. Ich würde sagen, das war's. Es ist mir eine Freude gewesen, euch zu unterhalten. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.